Herzlich Willkommen hier bei Dead Island mit Big Mana und Ingo Weaver. So, und wir waren am Hotel ja stehen geblieben aus technischen Gründen. Wollten eigentlich noch weiter zocken, auf jeden Fall, jetzt machen wir es dann. Ja, und diesmal nimmst du wieder auf, ne? Ja genau, ich nehme auf, also mich sieht man und da ist Big Mana. Ähm, gut, kann man auch lesen. Ja. So, wir müssen wieder zum Eingang. Ne, wir müssen hier lang. Echt? Letztes Mal hat uns das aber gewonnen, das Ding ist komisch. Also hier muss ich, hier ist es bei mir, sagen wir mal, eingestellt. Ja, bei mir auch. Aber komisch, letztes Mal mussten wir nicht hierher. Boah, diese Geräusche hier, ah, da sind welche. Attacke! Schnitzel, schnitzel. Schnitzel ab, schnitzel weg. Oder er führt uns einmal um das ganze Hotel-Dings rum hier, ey. Ja, das glaube ich. Oh, 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 fuck, 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 schieß mal. Sehr gut. Oh, langsam geht alles. Da kommt, da kommt ne Mutter. Ne infizierte Mutter kommt da. So, oh, Regenschirm. So. Lebt der? Ne, der nicht mehr. Ne. Der auch nicht. Mein Gott, jetzt köpfe ich im Moment gerade alle. Was ist denn hier los, ey? Mein Gott. Ach, was wir mal machen müssen, ist, ähm, müssen wir danach einen neuen Thumbnail für uns gucken, für Dead Island. Okay. Weil, wir haben die bald ausgeschöpft, da muss ich wieder neue erstellen. Entweder mit dem gleichen Titelbild. Da könnt ihr ja mal vielleicht sagen, da draußen, könnt uns mal vielleicht mal irgendwie sagen, ja, macht doch mal vielleicht ein neues, oder vielleicht, ach, gefällt euch das, das, äh, ja. Ja, scheiße. Das, das, was jetzt gerade drin ist mit dem einen Zombie da, der uns gerade angreift. Ähm, ja. Sagt uns das, schreibt uns in die Kommentare, und, ja, dann schauen wir mal. Der ist auch schon tot. Wo müssen wir überhaupt lang, ey? Was haben wir überhaupt für ne Mission, ey? Letztes Mal haben wir doch ins Dingstes bekommen. Ins Hotel. Ja, waren wir nicht, da waren wir doch schon drin. Nein. Doch. Wir mussten nochmal rein. Ne. Doch, wir mussten nochmal dahin, zum Eingang. Ja, aber im Moment macht er doch gar nichts hier. Das ist doch ganz normal, hier laufen wir rum. Ja, laufen wir, laufen wir wieder zurück, oder was? Doch, wir laufen zurück. Ja, dann haben wir das schon beendet. Ja, aber ohne was getan zu haben, wenn... Doch, wir waren noch drin, da kann noch ein Video. Nein, nein, das war nicht da im Hotel. Oh, fuck, ey. Was ist das für Zombies? Nein, doch nicht, das ist ein normaler. Das ist einfach nur ein Bug jetzt, dass er in der Wand steht. Ja, warte mal. Äh, warte mal, Quest. Äh, welchen haben wir denn? Den hier, rede mit Mike. Okay. Das ist die Hauptquest. Und neben Quest, klar, hätten wir noch Überprüfe Hotel Bungalow 14. Aber ich weiß nicht, wo 14 ist. Ach so, ja, okay, dann. Den haben wir, wir müssen wieder zurück nach Mike. Nach Big Mike. Nein, ist alles okay. Darum bin ich zufrieden. Ach, wir sind ja schon hier. Ja, wir sind sofort da. Gut. Gut, wenn wir jetzt die Mission, die wir jetzt annehmen, wiederbekommen von ihm. Äh, warte mal, der stand doch hier draußen noch nicht. Nein, der ist hier oben. Ja? Ja, Mike. Du musst aber diesmal mit denen reden, oder? Ne, du musst in den roten Kreis kommen. Ja, warte, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Hetz mich nicht. Da ist er. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich brauche, ich brauche etwas, das durch die Armour-Türen fliehen. Lass mich mal sehen, was ich habe. Vielleicht kann ich etwas mit dem Semtex, den du aus dem Helikopter-Krash hast. Ich frage mich, warum die da fliehen mit dieser Scheiße in den ersten Platz. Lass mich nach Arbeit ein Fuse zusammenbauen. Komm zurück in ein bisschen und ich habe etwas, das du wirklich benutzt kannst. Ah. Jetzt müssen wir einen Bunker anscheinend irgendwie was machen. Hol dir die Bombe von Mike. Also nicht die Bombe ausbauen. Und nicht vergessen, dass jemanden mitgebracht hat, das ist der Weg um. Es ist leicht, dass ich da verloren bin. Rede mit Jinn. Auf Jinn-Head. Was? Wer ist das? Warte mal. Das ist ein Wart. Ach da, mit der. Mit der hier. Meine Mutter sagte, sie musste in den Spielen spielen, bevor sie geschlossen wurden. Wenn wir eine von ihnen öffnen können, können wir ins Land gehen. Äh, Zerstörer. Sprenge den Eingang zum alten Bunker. Geh durch die, durch die alten Bunker zum Tunnel. Geh zum Dschungelbedorf und suche, was? Moven. Schwächkeitsgrad schwierig. Belohnung, äh, kann ich jetzt nicht sehen. Machen wir auf jeden Fall. Okay, was da hier? Wiesel, wir möchten vorgehen. So, dann müssen wir im Auto fahren. Yo! Wir im Auto fahren. Ich fahr. Du fährst wieder? Ne, sie fährt, oder wer? Dann sitz ich halt hinten. Ah ne, dann fährst du aber nicht, dann fährst du lieber. Ne, ne, ist okay. Ich kann aus dem Fenster gucken. Ja. Und es geht los, meine Damen, äh. Ja, und schön Sommerreise ins Paradies. Lippen. Oh, an nur. Ich rufe der rechten Seite. Haben wir ne Wahn? Hab ich gesehen. Warte mal, da ist jemand. Ach, das sind so viele. Okay. Ja, hier laufen, glaub ich, keine andere Menschen rum, ey. In dem Abschnitt des Spiels. Sind hier, sind hier mehr Autos? Mir kommt das irgendwie voll, voll. Ja, ich glaub, wir sind schon lange nicht mehr hier gewesen. Daran könnte es liegen. Okay. Also gehen wir in den Schuhn oder im Bunker? Wir sind jetzt nicht ganz... Im Bunker. Okay. Bunker. Wir müssen ne Bunkertür aufspringen. Ich... ...huch... So. Oh. Ja. Das ist schön. Auto. Fahrt, ne? Ah, macht immer Spaß. Ah, müssen wir gleich erreicht haben. Nicht mehr lange, nicht mehr lange, nicht mehr lange. Noch 100... ...meter. Ab jetzt gerade. Hä? Was soll hier sein? Hier haben wir abgelassen? Da. Halt mal an. Ach, müssen wir erst mal... Ne, mit der will ich nie reden. Ach, da müssen wir lang. Jetzt erst mal mit Jhin wieder reden. Ach, okay. Naja, jemand muss sich in diesem Bunker schlafen haben und sie ihre Achtung haben. Ich mag das nicht, aber... ...duh, was du brauchst. Was? Beschütze Jhin auf dem Weg zum Bunker. Oh, nee, ey. Ah. Kann die blöde Fotze nicht auf sich selber aufpassen, ey? Nein, das kann sie nicht. Weil sie ist ja... ...irgendwie anders. Was? Ich bleib mal hinten bei... Ja? Wie war's? Du bleibst mal hinten und ich geh nach vorn. Wow, fuck, 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 fuck. Hohoho. Da kommen sie. Nrgh. Schnitz, schnitz, schnatz, schnitz. Ey, du musst mir auch mal helfen. Achso, du bist schon da. Hab ich nicht gesehen. So, weiter geht's. Komm, Jhin. Und gleich machen wir einen flotten Dreier noch, ey. Scheiße, meine Waffe ist fast verbraucht. Warte mal, ich nehme mal kurz... Boah, ich habe einen Sch... Warte mal, ich muss mal kurz in meinem Inventar... Äh... Ja, warten kann ich nicht. Die läuft weiter. Ach, die läuft weiter? Ach so! Ach so! Boah! Okay, die kommt von vorne wahrscheinlich. Kommt noch einer. Da kommt er. Komm, 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 komm! Und... Tritt! Scheiße, zu früh. Mal da unten treten da, ey. Oder Köpfen. Geht auch. Ich muss unbedingt meine Waffen verbessern, ey. Kommt die noch immer noch nicht? Doch, jetzt langsam. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Boah, der Weg geht noch lange, glaube ich. Hier ist überhaupt noch kein Bunker in Sicht. Ich gehe mal vorn wieder und du bleibst wieder bei ihr. Und wenn ich Hilfe brauche, dann rufe ich. Mal warte rein. Was denn? Ich gehe mal weiter nach unten immer bei der... Kratz ruhig. Gott. Ja. Nur ich habe gerade keine Lebensanzahl. Boah! Ich weiß also nicht... Da kommen sie. Da, 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 da. Scheiße. Scheiße. Ich habe keine Kraft mehr in meinen Dingern hier. Ich habe meine... vergessen meine Waffe, ähm, zu erneuern. Die läuft. Ja doch, die läuft. Doch, doch. Ja, ich muss auch langsam mal erneuern ein bisschen. Ja, ein Werktisch. Werktisch wäre mal, sagen wir mal nicht... Da kommt ja. Da, 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 da. Und... Bunker war sch... Sonnenfotze, ey. So. Das ist, glaube ich, der Bunker hier. Komm, komm den. Warte mal. Oh, da kommen noch einige. Da, kommen sie. Ach. Da kommen jetzt mehrere. Ich komme.